Mein Freund, dieses Name ist E-Dog. Mhm, you lie. Yes, I do. Yes, I do. That's very important. Boah, man, diese hässlichen Huren-Söhns, ne? Iron ist wichtig, ne? Ich hab Diamanten gefunden, übrigens. Halt den mal. Ohne Witz jetzt mal! Ja, dann hättest du voll rumgeschrien. Nein. Ich hab keine Ahnung, wie ich die Missgeburt hier bauen soll. Ein Diamant, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Diamanten. Glaubst du mir nicht? Nö. Du bist ein Bisser. Ich kann dir ja gleich zeigen, wenn ich zurückkomme. Ja, kannst du machen. Wieso glaub mir das niemand? Weil du lügst oft. Ich will gar nicht. Ich hab noch nie in meinem Leben gelogen. Gelügt heißt das. Gelügt, genau. Gelügt, genau. Jungs, wieso ich das hier bauen? Gib mir einen Tipp. Frag die Jungs. Oh, scheiße, da wollte ich das nicht. Musst schon mal die Jungs fragen, du hast keine eigenen Ideen. Ich hab's schon. Guck. Musst dich immer die Jungs fragen. Ich liebe die Jungs aber. Oh, hier ist ein Zubat. Den greif ich an. Nicht. Das war Level 14 und ich nur... Färts. Färts. Oh ja, ich mach den fertig. Ich schwöre es dir, ich mach den fertig. Ich glaub das auch. Scheiße, das war ein Critical Hit von mir. Nein, der macht mich fertig. Hoffentlich nicht. Squirtle. Ja. Ja, du wirst zerstört, du Hurensohn. Komm, stirb. Nein. Komm, jetzt fick ihn. Stirb doch mal, du Bastard, alter. Tackle, was bringt Tackle? Tackle? Einfach Tackle, das ist normale Attacke. Oh, du bist ruhig. Nein. Mann, du Pisser, jetzt stirb. Ich. Das ist bei mir verschärzt. Nein, Level 13. Der will Watergun erlernen. Gun? Wasserkanone. Kann. Mit, Bro? Was ist das denn? Das ist ein Pisser. 14. Der entwickelt sich bald, Leute. Und wir sind gerade mal in der zweiten Folge. Ich könnte mal den Potschutz ein bisschen weiter wegnehmen, damit ich nicht so in meines Mikrofons schrei. Schrei. Weiß. Ich habe Diamanten-Seater. Du auch? Ne, ich habe tatsächlich noch keine. Noch nie hast du welche gefunden? Ich habe den in der zweiten oder ersten Folge gefunden, Alter. Ich bin einfach toll. Oh Gott, war das gerade ein geiler Move, ey. Ist Redstone wichtig? Ja, teilweise. Nein. Nein, bitte nicht. Nein. Junge ist ein Golbert Level 57. Pisser, lass mich in Ruhe. Du, du. Jetzt ist mein, oh man. Hä, wie? Was mache ich hier eigentlich? Ja, ich bin nur ein solcher Hurensohn, ey. Ich habe einfach mein, äh, Schicke, äh, Schicke, fertig gemacht. Warte, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich glaube, das ist falsch rum. Wieso stirbt der nicht? Scheiß, Golbert, ey. Ey, ich könnte ihn noch theoretisch. Ah, ne, ich habe keinen Pokéball dabei. Wenn er so richtig wenig Leben hat, könnte ich ihn noch theoretisch fangen. Ja, theoretisch. Hast aber kein Pokéball dabei. Ah, der ist Level 47, dann hätte ich euch alle fertig machen können. Weil der war gerade in Lava. Nee. Brauche ich einen Spitzhacke, einen Diamantspitzhacke? Äh, er ist erstmal noch nicht. Ich mache mir trotzdem einen. Cool. Obwohl, ne. Obwohl, ne, doch nicht. Weil, ist so. Oh, Alter, hier ist so viel Kohle. Brauche ich gar nicht alles, ey. Muss man das ausprobieren, Alter. Ja. Junge, diese Höhlensysteme, ne? Weißt du, wie übertrieben groß die sind hier gerade? Mann, ey. Hört mal auf. Warte mal. Hä? Ey, ist das hier ein Slime-Spawner? Boah, yo. Gerade war übertrieben da. Oh mein Gott. Ist da die Kiste drunter? Ja. So, das ist jetzt wichtig. Zack. Ich brauche noch Dinge, sonst wir heißen sie. Oh, guck mal wie süß das Zubat aussieht, Alter. Warum ist das so klein? Es gibt verschiedene Größen. Ist aber knuffig. Habe ich hier nicht bestreitet, oder? Du bist ruhig. Ich hoffe, das reicht, Alter. Nein, da war jetzt schon jemand. Bestimmt war er Fabian, oder ich. Da war ich. Oder ich. Da war ich. Oh, das Eisen hab ich gar nicht gesehen. Sieht, ich hab schon 37, 38, fast ein Stack Eisen. Ist das super? Super. Oder ist das es nicht? Das ist es schon. Genau. Jetzt geh ich hier lang. Hier war ich bestimmt noch nicht. Was wird das da runtergenommen? Das funktioniert. Du bist mit Breville, Alter. Ohne Witz mal. Jetzt muss ich hier lang. Hey. Ich check das nicht, das System grad. Das ist ein Dottelbad, der mich getötet hat. Das müsste doch. An sich. Oh, ihr Pissers, ey. Boah. Schon wieder diese Scheiße. Hä? Hä? Wie steht? Ich kann da irgendwo raus, oder? Wo meinen die das? Ah, fuck. Scheiße, ich hab keine Spitze mehr. Da muss der Junge sich einen Ofen machen. Ah. So. So. Eisenbrennen. Weißt du, was das heißt? Geld. Loll. Jetzt bin ich grad verwirrt, Alter. Boah, Junge, das schreib ich die ganze Zeit an mit so ner Scheiß Werbung dazu. Ist doch noch hässlich, Alter. Den block ich jetzt, Mann. Ohne Witz, ey. Brauch ich hier noch ne Redstone Chest, oder was ist hier los? Wer schreibt dich an? Ah, so nen Hurensohn. Ich hab keine Ahnung, wer ist da. Deswegen hab ich den geblockt. Ich hasse es, wenn man mir die ganze Zeit Werbung schreibt, ne? Kann ich verstehen. Das ist den ganzen Tag, ey. Bruder, ich hab hier grad ne Baustelle. Kennst du dich mit Hoppern aus? Hoppern? Ja. Was würdest du denn machen? Ne halbautomatische Aprikoko Farm. Ja, ich kenn mich damit aus. Also, relativ. Ja, wenn du mal Zeit hast, komm mal rüber. Junge, ich bin grad in der Höhle, Alter. Ich hab keine Ahnung, was ich hier noch machen muss, Alter. Ich hab hier ne Trap Chest. Also, du musst... Warte mal, ich tu die Hopper wieder. Du musst das nen Wasserfluss zu dem Hopper machen, dass die... Muss ich nicht. Doch. Weißt du, was Hopper sind, Alter? Hopper sind doch diese Teile, die da reinfließen lassen. Hopper sind Trichter. Ja, genau. Das mein ich doch. Das sind... Ja, das lässt aber nichts reinfließen, sondern das ist... Doch, na klar musst du da das Wasser so... Da ist nichts mit Wasser. Ja, das musst du denn machen. Da ist nichts mit Wasser. Da gibt's kein Wasser bei Hoppern. Das hat aber was mit Wasser zu tun. Nein. Doch! Ich zeig dir das, wenn ich da bin. Aber jetzt bin ich noch nicht da. Schwingen bist du ruhig. Ich bin dumm, ich bin so dumm. Genau. Das musst du ja hier... Zack. Das hat was mit Wasser zu tun. Nein, hat's nicht. Ich glaub ich hab's. Außer du hast so ne ganz komische Konstruktion. Ganz normale. Nein, deine ganz normale wäre mit Wasser. Nein. Junge, was hast du mit deinem scheißen Wasser, Alter? Wasser ist toll. Ich weiß schon, was ich falsch gemacht hab. Du hast kein Wasser benutzt. Hier kommt gar nicht die Kohle rein, sondern die Aprikokus. Was für Kohle, ey? Die Kohle. Du machst das alles falsch. Nein, bist du dumm? Ich hab ein Minen... Oh, Minensystem. Aber wer ist das denn nicht rausgenommen? Geil, Alter. Ich tausch mal wieder die Kisten. So. Wie lange nehmen wir jetzt... Wie lange... Wollen wir aufnehmen noch? Keine Ahnung. Ich will das auf jeden Fall noch hinkriegen mit der Farm. Also wir haben jetzt bis jetzt zwei Parts. Lass noch ein bisschen aufnehmen. Ich will das auf jeden Fall schaffen mit der Farm. Genau. Warte, ich kann mir doch noch ne Kiste machen. Hm. Boah, geil, Alter. So ein Minensystem. Schuss, f*** dich, Fuhrensohn, ey. Ich hab nen Spawner gefunden! Geil. Ich bin so ein Glückspilz, ne? Ich setz mir gleich... Ich setz mir jetzt nen Waypoint. Ich hab äh... Eisen gefunden. Schwarzpulver. Einen Sattel. Eisen. Pferderüstung. Ne Schallplatte. Brot. Noch mehr Brot. Weizen. Redstone. Eimer. Schallplatte. Läuft. Ich check das nicht, Alter. Das ist doch richtig. Okay. Das wird rausgenommen hier. Spawner. Ach, okay. Ich versteh schon, wie das sein sollte. Jetzt komm ich zu dir wieder. Ich versteh's schon. Oh, diese Pisser, ey. Okay. Das ist alles da drin. Wo ist die Kiste? Die Kiste ist da. Da muss einer hin. Hier muss einer hin. Dann kommt da der Ofen hin. Da kommt das Teil rauf. Also wenn ich ihn nochmal in meinen geh, dann geh ich hier mit rein. Da kann ich dich ja auch mitnehmen oder so. Ja, ich hab schon alles, was ich brauch eigentlich an sich. Du brauchst schon welche. Hier muss echt nur eine Kiste hin. Das weiß ich. Das ist hundertprozentig richtig. Aber dann brauch ich noch einen Hopper. Das ist so behindert, wenn man das so die ganze Zeit machen muss. Ups. So. Oh, dieses Hochbauen nervt einen so, ne. Ohne Witz jetzt mal. Ups. So. Junge, wie lange muss ich da noch hochbauen? Ich bin schon auf Ebene 60. Ja, natürlich gehe ich auf den höchsten Berg, den es gibt, alter. Ich seh jetzt schon, das ist so ein riesen Berg. Ich seh jetzt schon, das ist so ein riesen Berg. Ja, warte ich komm, dann zeig ich dir wie das geht mit Wasser. Da ist nichts mit Wasser, Junge. Natürlich, man. Ich kann dir das zeigen. Ah, jetzt weiß ich warum. Denkst du? Ne, ne, ich weiß es. Jetzt muss ich hier raus. Ich bin jetzt gleich wieder bei der Stadt. Junge! Wie viele Kangana sind da? Hier sind überall immer Kangana, das ist immer so. Ach, da muss eine normale hin oder was? Ey, der kann für mich so ein... Yo! Das ist alles hier nichts besonders, aber egal. Ne, der hat gerade mit so einem... Äh... Ich weiß es nicht besonders. Ditro? Heißt der Ditro? Ich hab von den Namen vergessen, Alter. Warum bin ich in dein Haus, Alter? Okay, ich kann hier mit meinem Ding sein. Heißt der Ditro? D... 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 Ach so, ja. So, jetzt kommt hier die Aprikoko rein. Die wird so genommen. Und jetzt müssen die hier rauskommen gleich. Wenn das so ist, bin ich ein Boss, Alter. Nein. Ach, warte. Warte, lass das alles so wie es ist. Ich lass das so wie es ist. Ich will gerade gucken, ob das jetzt echt so ist. Was machst du denn da, Alter? Das sind Hopper. Und ich check nicht, was du da mit Wasser willst, Alter. Wenn du das hier... Da Items reinlegst... Werden die rausgezogen? Werden die rausgezogen? Ja, da werden die rausgezogen. Dann musst du da Wasserfluss machen und dann hier... Was für ein Wasserfluss? Ich erkläre. Also hier ist die Kiste. Dann zieht er das raus. Fließt das hier unten lang mit dem Wasser. Dann ist hier, äh... Ist hier meinetwegen irgendwo der Hopper. Und da unter ist noch eine Kiste. Und dann geht das in die Kiste rein. Guck doch mal bei Fabi, da ist auch nichts mit Wasser. Der Fabi ist auch ein Bastard. Ja, bei dem geht es aber. Warte. So. So. Wo hast du bei Bienen? Deine Mutter! Sieh doch! Fabis Haus ist gemütlich. Aber hässlich. Was ist das hier für ein Knopf? Ach, automatische Farm. Achso. Okay, warte mal. Ich geh mal raus. Und guck mir das an. Da ist die Kohle jetzt nicht weitergegangen. Wo ist die Aprikope? Ich glaub nicht, dass ich das da mit Wasser... ähm... So machen darf, ne? Ja. Hä, grab das doch einfach aus und dann grabst du wieder zu. Ist ja nicht schlimm. Hier ist die Aprikope hängen geblieben. Okay. Lol, bei mir kommen die... Achso. Was? Egal. Okay. Ja, keine Ahnung. Die Fabi das so komisch gemacht hat. Ich hab... Ich kenn das nur mit Wasser. Jammt. Ich brenne jetzt gleich erstmal meine ganzen Erze. Warum kommt die Kohle hier nicht rein? Das ist jetzt die... Achso, ich muss doch... Ich glaub ich muss einen tiefer gehen. Dass es dann... So ist... Oh, ein Porrenta. Ein kleiner Set. Da brauch ich aber viel mehr Hopper, oder nicht? So. Ja, jetzt ist es in den Ofen gegangen. Aber in den falschen Slot, Alter. Es geht in den falschen Slot vom Ofen. Was ist los? Ah, mein... Mein... Mein Bein juckt. Gott. Gott. Piss dich da in die Durino, Alter. Es bleibt im Hopper dran. Schnauze. Boah, ich hasse diese scheiß Flugzeuge, Alter. Das kann man sich voll nicht konzentrieren bei den Missgeburten. Ich mach mir jetzt acht Öfen, Junge. Also, ich... Ich hab die gar nicht richtig gehört, Alter. Ja, ich hör sie aber. Und in meiner Aufnahme sind die übelst laut die Wichser. So, das ist mein Wand. Jetzt mal kommt der ganze Trash in die Kiste. Zack, Zack. Kohle brauch ich noch. Das, das... Ich check das überhaupt nicht mehr, Alter. Wie geht das? Das weiß ich nicht. Ich muss mit Fabi aufnehmen, Alter. Der muss mir das erklären. So, das wird rausgenommen. Jetzt geh ich hier hin und tu die Aprikoko rein. Die wird auch rausgenommen. Ich hab die... Ich glaub, ich weiß, warum. Aber was mach ich mir da so kompliziert, Alter. So. Gott. Ich glaub, ich hab das komplett richtig jetzt. Ich teste es mal. Warte, hab ich die Kohle? Ja. Aprikoko rein wird rausgezogen. Hier komm ich nicht hoch. Ah, cool. Hier, Pornita. Alter. Ich glaub, das geht. Die ist zwar drei Level höher als ich aber... Nein! Dann tu ich hier Kohle rein. Die wird rausgezogen. Und jetzt guck ich einfach... Scheiß, ich hab nicht genug Hoppa. Ja, Alter. Was bist du so laut, du Missgebotflugzeug, Alter. Ja. Ja, wieviel oft fliegen die da noch wo rein? Ja, die landen. Die müssen ja irgendwie weiter. Oh, jo, ich mach den fertig. Bitte, bitte. Ich versteh das nicht. Ich check Hoppa nicht. Ja, 15. Ja, 15. 16. Ja, es entwickelt sich. Und der hat Biss erlernt. Wo ist jetzt der Aprikoko, Alter? Oh Gott, ich hab ein Chillock. Ich hab ein Chillock. Ich versteh gar nichts mehr, Alter. Warum renne ich zu dir, Alter? Oh, jo, Alter. Jetzt sollen wir nochmal versuchen, jemand zu bangen, Alter. Ich schaff's. Nein! Ey, geil. Der sieht mich eher. So, jetzt weiß ich aber wieder nicht, wo der Aprikoko hängen geblieben ist. Super, dass man das nicht sieht. Ja. Alter, die Flugzeuge fliegen in zwei Minuten taktiv vorbei. Und ich kann mich nicht konzentrieren bei der Scheiße. Okay, noch fünf Minuten. Nimm es die dritte auch. Warum funktioniert das nicht? Keine Ahnung, wo mein Fehler ist. Ich mach jetzt richtig YOLO, Alter. Ich geh auf irgendeinen Huren so um. Puh, Alter, ich hasse das. Weißt du was? Ich lass das jetzt so offen. Und wenn ich mir Fabi aufnehme, frage ich ihn einfach, was hier los ist. Okay, das ist ein guter Ding. Nee, das ist ein guter Ding.